Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Hendrik und in diesem Video unseres Software Engineering Crash Kurses werden wir uns um das Thema iterative und inkrementelle Entwicklung kümmern. Sehen wir uns zunächst mal wie gewohnt an, was wir in diesem Video alles lernen werden. Zunächst mal werden wir uns das Problem ansehen, welches klassische Vorgehensmodelle mit sich bringen. Und dann werden wir die Begriffe der iterativen Entwicklung und der inkrementellen Entwicklung klären. Lass uns also keine Zeit verlieren und direkt damit starten. Wir haben ja in den letzten Videos zum einen das Wasserfallmodell und zum anderen das V-Modell kennengelernt. So und bei beiden Modellen war es ja so, dass man im Prinzip von Phase 1 bis zur letzten Phase geht und dann eben Schritt für Schritt das Software-System baut. Und wenn man durch alle Phasen durchgegangen ist, dann steht das fertige Software-System und gut ist. Das ist in der Theorie ein ganz guter Ansatz, weil man hat hier eine sehr hohe Systematik, weil man ja dadurch bedingt, dass man von Phase zu Phase springen muss, sehr systematisch vorgeht. Aber in der Praxis ist das meistens nicht so gut umsetzbar. Denn das Problem ist, wenn die Projekte sehr groß und komplex werden, dann hat man natürlich Schwierigkeiten, das Ganze von vornherein perfekt zu planen, dass man das von Phase zu Phase alles Stück für Stück in einem Wisch umsetzen kann. Das heißt, bei einem großen Projekt wird man an vielen Stellen den Plan umsetzen und dann feststellen, dass man das doch lieber hätte anders machen sollen oder dass es hier an dieser Stelle vielleicht einen Mängel gibt, den man noch verbessern sollte und so weiter. Und laut den klassischen Vorgehensmodellen, von denen wir in den Videos zuvor bereits zwei Vertreter kennengelernt haben, ist das ja nicht so wirklich möglich. Denn da ist ja nicht erlaubt, dass man eine Phase nochmal wiederholt. Denn jede Phase soll Schritt für Schritt der Reihe nach abgearbeitet werden. Oder stell dir mal vor, du möchtest eine Software programmieren und du weißt, wie das Grundsystem von dieser Software aussehen soll. Aber du möchtest erstmal nur das Grundsystem bauen, damit du es testen kannst, damit du schauen kannst, ob es überhaupt von Kunden genutzt wird beispielsweise und wie es ankommt. Und dann möchtest du nach und nach Ergänzungen hinzufügen, die das System dann sozusagen erweitern. Also das Ganze um neue Features erweitern und ausbauen. Und du möchtest eben, dass du das nicht alles in einem Projekt sofort machst, sondern wie gesagt Schritt für Schritt in Ausbaustufen, damit du nicht von vornherein Unmengen an Geld ausgibst für ein System, das dann später eventuell gar keinen Markt hat, weil es niemand benötigt. Und deshalb gibt es jetzt eben auch noch die Konzepte der iterativen und der inkrementellen Entwicklung. Und diese möchte ich dir in diesem Video kurz erläutern und näher bringen, denn auf diesen Konzepten, besonders auf dem inkrementellen Konzept, baut dann die agile Entwicklung auf, auf die wir dann in den nächsten Videos zu sprechen kommen. Vielleicht hast du ja zum Beispiel schon mal von Scrum gehört. Das ist ein wahnsinnig berühmtes Vorgehensmodell und auch dieses basiert eben auf inkrementellen Ansätzen. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir diese zwei Begriffe jetzt, bevor wir mit der Serie fortfahren, in diesem Video noch klären, damit du in Zukunft immer weißt, von was ich eben rede, wenn ich das verwende. Beginnen wir mal mit der iterativen Entwicklung. Den Begriff Iteration kennst du ja mit Sicherheit schon von der Programmierung. Denn wenn man beispielsweise Schleifen programmiert, dann sagt man ja häufig, dass man durch die Schleife iteriert. Also, dass derselbe Code mehrmals hintereinander ausgeführt wird. Und in der iterativen Entwicklung ist das genauso. Denn wenn man iterativ entwickelt, dann geht man ein Vorgehensmodell, wie beispielsweise das Wasserfallmodell, nicht einfach nur ein einziges Mal durch und dann war es das, sondern man plant von Beginn an mehrere Iterationsschritte. Und in jedem Iterationsschritt geht man einmal durch alle Phasen. Es wird also in jedem Schritt analysiert, dann wird wieder der Entwurf gemacht, dann wird das Ganze programmiert und am Ende getestet. Und wenn die Phase dann vorbei ist, dann wiederholt man den Prozess und alle Mängel, die man in der ersten Phase festgestellt hat, werden dann in dieser zweiten Iteration behoben. Und wenn man mehrere Iterationsschritte hat, dann wird die ganze Software von Schritt zu Schritt immer sauberer und ähnelt dann eben immer mehr dem gewünschten Zielergebnis, das man erreichen möchte. Das mal zum Begriff der iterativen Entwicklung. Da du eben schon programmieren kannst, nehme ich an, sollte das jetzt nichts wirklich Neues für dich darstellen. So, und jetzt sehen wir uns noch abschließend die inkrementelle Entwicklung an. Dann, ich habe es ja einleitend schon erwähnt gehabt, stell dir mal vor, du möchtest zunächst mal nur die Grundfunktionalitäten von einer Software programmieren, also dieses Kernsystem quasi nur auf die Beine stellen, damit du beispielsweise die Nachfrage für eine potenzielle Software zunächst mal testen kannst, bevor du dann eben direkt sehr viel Geld ausgibst, um in Anführungsstrichen ein perfektes Produkt zu bauen und dann eben am Ende mit Bedauern feststellst, dass diese Software gar niemand braucht. Das ist sehr ärgerlich, kostet viel Geld und man will es kein zweites Mal machen. So, und wenn man das eben nach diesem Prinzip tun möchte, wie ich es gerade beschrieben habe, dann entwickelt man inkrementell. Das bedeutet, das Gesamtsystem, welches man irgendwann mal haben möchte, bleibt im Gesamtumfang offen. Und es wird dann eben Schritt für Schritt in Ausbaustufen realisiert. Das heißt, man baut eben erstmal ein Kernsystem, das erfüllt die ganzen Grundfunktionalitäten und wenn das fertig ist, dann kann man eben Schritt für Schritt neue sogenannte Inkremente bauen und ein Inkrement ist nichts anderes als eine Ausbaustufe für das bereits bestehende Kernsystem. Das heißt, im ersten Schritt hat man eben das Kernsystem gebaut und eine Ausbaustufe erweitert dieses jetzt um irgendeine Funktionalität beziehungsweise um irgendein Feature und für jede Ausbaustufe hat man dann eben ein eigenes Projekt, in dem man dieses Inkrement, also diese Ausbaustufe, realisiert. So, und damit haben wir jetzt mal die beiden Begrifflichkeiten, nämlich die der iterativen und die der inkrementellen Entwicklung geklärt und wir haben ebenso schon in den letzten Videos Vertreter von den klassischen Vorgehensmodellen kennengelernt. Das waren nämlich das Wasserfallmodell und das V-Modell. Nur zur Info für dich, neben dem Wasserfallmodell und neben dem V-Modell gibt es jetzt noch weitere klassische Vorgehensmodelle, aber ich denke, das Wasserfallmodell und das V-Modell, das sind also die wichtigsten, die man auf jeden Fall kennen sollte. Die anderen werde ich jetzt hier in dieser Serie nicht mehr vorstellen, denn wir werden uns jetzt dann in den kommenden Videos mit der agilen Entwicklung beschäftigen. Und diese Art der Entwicklung ist heute in nahezu jedem Unternehmen im Einsatz. Das heißt, jetzt kommen dann die modernen Methoden, mit denen tagtäglich in Unternehmen, die Software entwickeln, gearbeitet wird. Es wird also mega spannend und genau deshalb empfehle ich dir auch, diesen Kanal jetzt zu abonnieren, falls du das noch nicht getan hast. Dann wirst du nämlich in Zukunft nichts mehr von uns verpassen. Das war alles für heute. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.